Da war ja jetzt nichts mehr, ne? Also wir müssen jetzt die finden? Wenn du jetzt einmal Sarah sagst, Junge, ich hör auf! Du Kackwurst, ey! Nein, das war falsch. Die muss da stehen bleiben. Es fehlt immer noch eins. Die zwei, die vier, die acht, die sechs. Nicht dein Ernst. Spiel, was verlangst du hier von mir? Lass mir einfach Ruhe. Wenig mehr. Guck mal. Sieben. Hä? Wo ist denn die? Wo soll die denn sein, um Himmels Willen? Taschenlamm habe ich auch keine mehr. Ah, auf der Neuen steht die, ne? Kann das sein? Dass die auf der Neuen steht? Gut, hier ist auch nichts mehr. Alter, ich brech gleich ab. Hör mal. Was bist du hier eigentlich? Du bist die vier, ne? Gut, du darfst da auf der vier stehen bleiben. Vielleicht darfst du das auch nicht. Wie ist es noch nicht? Hä, bin ich irgendwie gelähmt? Ey, eine fehlt doch noch. Wieso fehlt denn eine Lampe noch? Ich habe doch gar keine Dingens mehr. Wo steht diese letzte Puppe? Junge, 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 Alter. So. Wo ist denn jetzt hier irgendwas hochgegangen? Hier, die zwei. Ne, die bringt mir ja nichts. Schwachsinn. So. Entschuldigung. Wieso? Alles klar. Wusste ich. Easy going. Hör jetzt auf Sarah zu sagen. Ich heule echt gleich, Alter. Das ist doch nicht in ihr Ernst. Das ist so abartig. Das ist so eklig. So. Ihr lieben Leute. Wo ist die Nummer 6? Kann ja eigentlich nur noch hier sein, oder? Bin ich doof. Ich weiß nicht, bin ich doof. So. Was ist hier jetzt los? Nix. Nischt. Sehe hier was. Nischt. Das kannst du echt nicht sein. Ne, eins wollte ich nicht. Sieben wollte ich. Hä? Bin ich doof? Wo sind die 7? Ich glaube, ich bin behindert geworden. Entschuldigung, alle Behinderten. Was du noch einmal Sarah sagst, ne? Ja. Ich heule echt gleich. Ähm. Wart. Wart. Alter, dieses Rätsel. Das ist ja so assi. Entschuldigung. Ah. Hier war ich doch eben schon. Ziemlich verarschen. Oh, Mann, ey. Oh, Leute. Oh, Leute. Wir haben die 2. Wir haben die 4. Wir haben die 8. Och. Uns fehlt nur noch die 6. Wo soll die denn sein? Oder habe ich die irgendwo übersehen? Bestimmt habe ich die irgendwo übersehen. Weil hier vorne ist die nirgends. Das ist bestimmt hier oder so. Könnte mir vorstellen. Ich will nicht mehr. Ich will echt nicht mehr. Hö, der Schatten da. Wie eklig. Ich meine, das Licht. Aber pfui. Pfui. Drecksau. Hey, hier ist die 9. Wollt ihr mich verarschen? Hä? Und hör auf, Sarah zu sagen. Ist echt nicht mehr lustig. Mann. Ich werde nicht aggressiv. Ich habe auch keine Taschlampen mehr. Macht es auch nicht besser. Das regt mich gerade so tierisch auf. Ich werde nicht mehr lustig. Wie geht es nicht? Kynd. woodk其實. Geivel! Dringen! Um... heal! Entdeckung! Es tut mir leid, dass ich gerade echt gar nichts sage, aber ich weiß echt nicht mehr, was ich sagen soll. Ich, nee, nein. Ich meine, ich habe keine Taschenlampenbatterien mehr, ich habe nichts mehr, keinen Nerv mehr, kein Plan. Ey, das kann echt nicht wahr sein. Die Folge wird 20 Jahre dauern. Jetzt habe ich gar nichts mehr, super. Gut, da steht einer, was haben wir hier? Nichts, ne? Auf Sarah zu sagen. Lass mich einfach Ruhe. Lass mich einfach Ruhe, ist alles okay. Vielleicht muss ich auch die hier hinten wegnehmen. Ey, ich habe gedacht, das wird jetzt easy, als ich die gefunden habe. Ich habe gedacht, low. Mal hier einen lockeren. Aber irgendwie hat das nicht so funktioniert. Ich mir das gedacht habe. Fünf! Fünf, Leute! Die fünf habe ich gefunden! Alter! Die fünf! Yay! Super! Klasse Ding! Das muss ich eigentlich komplett verarschen. Was soll ich mit der fünf? Ich brauche die sechs. Gibt es hier Taschenlampenbatterien? Kann ich nicht einfach so ein Streichholz anzünden? Ich habe die sechs gefunden! Jawoll, ja! Nice one! Das war ein krasser Move. Hallo? Wo stehen denn hier die Ollen? Wo war denn das jetzt? Da drüben, ne? War das hier? Fuck it. Ja. Ich kriege hier gleich so dermaßen eine komplexe. Boah. Alter. Das Rätsel, ne? Die Entwickler, ne? Alter, ich hasse euch. Nein! Leck mich am Arsch! Wo ist das Letzte? Ich habe keine Puppe mehr. Wo ist die Neun? Hier ist die Acht, ne? Wo ist die Neun? Oh, Leute. Das ist nicht euer Ernst. Wo ist die Neun? Was ist das hier? Was ist das hier? Fünf! Oh, Mann, ey. Es ist alles zu? Was soll denn das jetzt? Die Sieben. Die Folge wird so eine Überlängen-Folge. Ich sage es euch. Ich werde die teilen, weil das hat so keinen Sinn. Hier ist die Acht, ne? Wo ist die Neun? Leckomio. Wo ist die Neun? Ich hasse euch. Ich hasse euch alle. Hier ist die Fünf, ne? Wo ist die Fünf? Ich will nicht mehr. Wo ist die Fünf? Wo ist die Neun? Sag mal, wo wir die Neun essen. Komm schon, Junge. Wo ist die Neun? Wo ist die Neun? Ich will einfach nur die Neun haben. Mehr will ich doch gar nicht. Oh, Leute, ey. Ihr seid so asozial. Ich habe mich gerade vor der eigenen Hand erschrocken. Seht ihr, wie tief ich gesunken bin? Da ist sie. So, wo war jetzt die Acht? Alter, ich schwöre euch. Ich mache gleich so eine Pause erst mal. War das hier... Was war das hier? Das war die Zwei, ne? Wo ist die Acht? Um Gottes Willen. Wo ist sie? Hallo? Hier war sie nicht. Hör auf, meinen Namen zu sagen. Jetzt reicht... Was war hier? Nichts und nichts. Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Leute, was soll denn das jetzt? Was ist dieses Rätsel? Oh, Mann! Ich weiß, da hinten war die Acht. Ich weiß, da hinten war die Acht. Hier auf irgendeinen... Auf der Eins, ne? Ich kriege hier so Komplexe mit euch. So, die gehört da nicht hin. Oh! Es ist... Es kann nicht euer Ernst sein. Jetzt ist das natürlich zugegangen. Geh auf! Juck, 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 juck. So, jetzt ist das hier wieder auf. Da ist die Falle draußen. Boah, wie ging denn die Falle zu? Ich hasse euch alle. Echt jetzt? Ich werde euch für immer hassen. Kackwürste. Wie kann man denn so gemein sein? Mann, jetzt... Oh, die Nase! Ich hasse euch allesamt. Alle. Jeden einzelnen von euch. Alter, fisch, ey. Räum mir doch auf. Hör auf, Sarah zu sagen jetzt. Reicht, schick it. Es ist unglaublich. Ich breche hier gleich echt ab. Also, ich breche vom Stuhl ab. Nicht das Spiel. Na, dafür ist es dann doch ein bisschen zu gut. Aber meine Fresse, ey. Es tut mir so leid, dass ich so am Fluchen bin. Aber ich kann mich hier echt nicht mehr halten. Es tut mir wirklich leid. Ich will doch einfach nur, dass diese Kackzacken da weggehen. Meine Güte. Ist denn das so schwer? Nein. So. Und jetzt habe ich nicht so eine Puppe dabei, Mann! Ich kriege ein Kind! Jetzt ist doch easy peasy das Ding dazugegangen. Ich kriege ein Horn. Ich kriege hier echt gleich Drillinge. Ja, jetzt sehe ich nichts mehr. Nichts. Haben wir es denn jetzt? Was? Ich will nicht mehr. Alter, das gibt es doch nicht! Was ist denn das? Hallo? Spiel? Lebst du noch? Ich vergesse mich echt gleich. Ihr lieben Leute. So, die Olle steht da locker flockig auf der 2. Wo sind denn... Sag mal. Bin ich bescheuert? Einen Moment. Einen Moment. Ich brach mal hier... Dich. Von der 2 weg. Jetzt ist das hier ja nicht hochgegangen, ne? Ne. Ist dich doch. Jetzt stelle ich die Gute mal hier drauf. So, jetzt geht das hier doch hoch, oder? Ja, klar. Hallo? Licht? Danke. So, weil hier hinten stand ja eine... ...auf der 5 oder auf der 9. Das ist ja auch Bums eigentlich. Oh, Leute, 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 Leute. So, jetzt gucken wir mal hier. Ist offen. Und jetzt müssen wir doch die Olle von der 1, die hier steht, ne? Nehmen. Hier drü... Hier rübertragen. Wo ist denn die 4? Leute. Wo ist denn jetzt die 4? Hier. Stellen wir drauf. Und jetzt... Alter. Es ist doch nicht zu fassen. Ich sehe nischt. Ich sehe gar nischt. Oh, jetzt heult auch noch ein. Äh! Du Ekel! Wow. Da war es kurzzeitig echt mal ganz schön hell. Alter, wenn ich jetzt hier sterbe, ne? Ich hasse euch alle. Ich breche sofort das Let's Play ab. Ne, ne. Das mache ich dann nicht mehr. Das mache ich nicht mehr. Das war ja gerade das schlimmste Rätsel, das ich jemals erlebt habe. In meinem Leben. Hör mal. Was ist hier? Keine Taschenlampenbatterien. Ich brauche eine Battery. Oh, Leute. Von wo bin ich denn gekommen? Huch. Och, hier ist ja schön. Auf Sarah zu sagen. Wen jung. Das ist nicht lustig. Das kann man in meiner Tasche noch mal gerade an ist, oder auch nicht? Ne, von hier kommen wir, ne? Kann sein. Ich habe vergessen. Oh, ich hoffe einfach, dass an jeder Ecke einfach so ein Ding in ist. So, wo ist denn jetzt hier die Falle? Da. Da denke ich, müssen wir einfach lang. Nicht auf die Platte treten. Äh. Dann war es das. Huch. Er leuchtet jetzt ein bisschen durch die Wand. Ich habe mich, glaube ich, ein bisschen verlaufen. Ah. Oh. Ne. Huch. Ich brauche Batterien, Batterien. Ich brauche Batterien, Batterien. Däger, ey. Was ist dieses Spiel? Was ist dieser Keller? Dieses Gewölbe? Ja, komm. Und was sind das für Spinnen, die Netze machen, die so über den, übers Dingens gehen? Was sind das für Spinnen? Jungs und Mädels. Was sagt er? Was ist das? Oh, ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Haben wir es geschafft? Ne. Haben wir nicht. Ha, doch. Oh. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Und ich mache jetzt zu 10.000 Prozent, mache ich jetzt hier eine Aufnahmepause. Ich glaube, das werden zwei Folgen. Also zwischendrin wird es hier den Cut dann wahrscheinlich schon gegeben haben. Also wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.